Leute, heute zeigen wir euch die Feuerschwanz-Fegefeuer-Bandbox. Die ist episch, sie ist geil, sie enthält viele schöne Sachen. Zum Beispiel den Feuerschwanz-Taschendrachen in Drachenform. Außerdem eine Feuerschwanz-Fegefeuer-Flagge. Sie ist groß, sie ist schön, sie ist sexy und sie ist wirklich, wirklich heiß. Außerdem steht natürlich Feuerschwanz- und Fegefeuer drauf. So, außerdem mit dabei das Booklet und das Herzstück, die CD. Im Booklet findet ihr mörder-epische Fotos aus den Abenteuern der Gruppe Feuerschwanz. Wir sind wirklich alle sehr, sehr, sehr schön. Besonders die Miezen-CDs, ja, kein Kommentar. Und das ist die Feuerschwanz-Autogramm, Karte, groß und schön. Und natürlich dabei ein Ablassbrief, der euch von euren Sünden freispricht. Das ist die Feuerschwanz-Fanbox zum neuen Album Fegefeuer am 7.7.2023. Du bist der Bastard! Das ist die Feuerschwanz-Fanbox zum neuen Album Fegefeuer am 8.7.2023. Du bist der Bastard!